Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und das hier sind die Daily News. Heute mit Themen zu Playstation 4, GTA 5, es gibt ein bisschen was zu Battlefield, zu FIFA 14, zu Batman Arkham Origins und wie immer was uns sonst noch so einfällt. Kommen wir jetzt erstmal zu einem Thema, was eigentlich gar nichts mit News zu tun hatte. Denn heute war der Postbote da und neben meiner neuen Grafikkarte hat auch Ubisoft netterweise ein Paket geschickt und ich wette, da kommt der jetzt nicht drauf. Die haben nämlich was zum Thema Rayman Legends geschickt und zwar sehr coole Poster in so einem hochwertigen Druck, also die sind auch so, kann man sehen? Also das ist auf so einem ganz harten Papier, das war so gerollt, also nicht so das übliche Faltposter, was man sonst aus einer Zeitung kennt. Und da waren auch noch T-Shirts von Rayman Legends bei, kann man sehen hier, da unten ist irgendwo der Rayman hinter dem Aufkleber. Ist in Größe M und ich hab da welche von und ich hab gedacht, heute verlose ich direkt mal ein Paket mit Rayman Legends T-Shirt in Größe M und einem Rayman Legends Poster von mir aus, von mir signiert oder auch nicht, ganz wie ihr das gerne möchtet, verlose ich unter den Leuten, die heute unter die Videokommentare Rayman Legends for the win oder FDW schreiben. Wie auch immer, das könnt ihr euch überlegen. Ich stell mir das Poster hier ordentlich wieder hin. Keine echte News, aber vielleicht habt ihr Bock darauf, was zu gewinnen und dann rein damit in die Kommentare und los geht's. So, als Dankeschön an Ubisoft lese ich jetzt nur noch Ubisoft Nachrichten heute vor, ne Quatsch. Aber per E-Mail kam heute doch einiges an Pressemitteilungen rein und da werden wir ein bisschen reingucken und uns auch sonst noch mit dem neuen Steam OS und sowas beschäftigen. Fangen wir mal an mit South Park, der Stab der Wahrheit. Ubisoft gibt das Release-Datum bekannt, so steht es im Titel der E-Mail. Und es steht hier, in Europa erscheint das Spiel am 12. Dezember für Play C3 und Xbox 360 und das Erscheinungsdatum für den PC wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Vermutlich wird es dann auch ganz einfach später herauskommen. Falls ihr euch für das kommende South Park Spiel von Ubisoft interessieren solltet, da gab es auch heute einen Trailer dazu, den habe ich jetzt noch nicht hochgeladen. Den findet ihr aber hundertprozentig auf der offiziellen Ubisoft-Seite. Ja, dann kam die nächste Nachricht von Electronic Arts zum Thema Battlefield 4. Da heißt es hier in der Überschrift, Battlefield 4 erhält Altersfreigabe ab 18 Jahren. Das hat uns jetzt nicht wirklich gewundert, aber das war denen immerhin eine Pressemitteilung wert und da heißt es hier, Battlefield 4 hat im Rahmen der Prüfung durch die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, also die USK, eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten. Das Spiel wird in Deutschland komplett lokalisiert und ungeschnitten am 31. Oktober für Xbox 360, Playstation 3 und PC veröffentlicht. So, und ähm, außerdem wird Battlefield 4 am 21. November für Xbox One und am 28. November für Playstation 4 erscheinen und so weiter und so fort. Und wenn ihr Vorbesteller seid, wisst ihr ja, ab 1. Oktober wird richtig schön die Beta gerockt. Bitte erschießt mich nicht. So, dann weiß ich gar nicht, ob ich das vorlesen sollte. Bethesda hat mir eine Pressemitteilung geschickt von wegen, äh, Bethesda Softworks und Level Upware vereinbaren europaweites Lizenzabkommen. Da habe ich, glaube ich, schon mal was vor der Gamescom vorgelesen, dass die auf der Gamescom mit Level Up so einen Stand hatten, um Skyrim-T-Shirts zu verkaufen und dann waren die Skyrim-T-Shirts, die sie vorher angeboten hatten oder die sie gezeigt hatten, gab es gar nicht auf dem Stand. Frechheit eigentlich, ich wollte mich da eigentlich ein bisschen eindecken. Auf jeden Fall schreiben sie hier nochmal, dass sie jetzt da so eine ganz tolle Zusammenarbeit machen und, äh, in der Launch-Kollektion gibt's T-Shirts, Hoodies, Taschen, Portemonnaies, Handyhüllen und basierend eben auf, äh, Elder Scrolls Doom, Dishonored und, ähm, Elder Scrolls Online, Wolfenstein, Evil Within und, ähm, bla, 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 bla. Also wenn ihr wollt, demnächst, äh, könnt ihr alle von morgens bis abends, so wie ich, in Skyrim-T-Shirts und hoffentlich auch in Skyrim-Schlavernzügen rumlaufen. So, dann gab's noch ne Pressemitteilung von Warner Bros. Und zwar zum Thema Batman Arkham Origins. Und da gab's einen Trailer zu sehen und, ähm, den hab ich euch sogar hochgeladen. Da ging's um das Deathstroke Challenge Pack. Das heißt hier genau, Batman Arkham Origins Deathstroke Challenge Pack Gameplay Trailer. Das sind so Titel, du, die kannst du gar nicht vorlesen, sag ich euch. Und es ging auch so ein bisschen um einen kommenden Spielmodus, der sich 100 to 1 nennt. Also, wenn ihr euch für Batman Arkham Origins interessiert, vermutlich verlinke ich euch den Trailer am Ende des Videos. Ich hab den mal hochgeladen, ich steh da drauf, ähm, ich hab's schon, ähm, auf Steam aktiviert. Man kann's aber derzeit noch nicht runterladen, ist auch nicht mehr ganz so weit. Das Spiel erscheint am 25. Oktober, also rund in vier Wochen, ähm, das gibt zumindest schon mal den Daumen des Tages von mir dafür. Ja, wo wir grad bei Trailer sind, das hab ich euch auch noch hochgeladen. Ich glaub, da war der Anklang aber nicht so groß. Da geht's um Thief. Thief. Und zwar, das ist ja dieses Remake oder dieser Neustart von Square Enix zu einer eigentlich relativ langjährigen, erfolgreichen Traditionsklassiker. Klassiker, äh, wie soll ich das sagen? Also, das Spiel sollte man eigentlich zumindestens mal gehört haben und, ähm, die haben heute bekannt gegeben, was man als Vorbesteller bekommt und haben dazu eben auch einen Trailer rausgehauen. Da heißt es hier, Spieler infiltrieren als Meisterdieb den sichersten Ort der Stadt, die Distriktbank in Stone Market, um die begehrte Familienhalskette der Hand, Hood, Nails oder so ähnlich, bis zum heutigen Tage, bla, 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 ist dieses schwer wach, tückischer Ort, Unternehmer, bla, 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 bla. Ja, wenn ihr das sehen wollt, hab ich euch hochgeladen, ähm, ich lese das jetzt nicht alles vor. Boah, heute gab's aber Pressemitteilungen. Ich brauch gar nicht, äh, Facebook und Twitter heute durchdöbern. Dann gab's nämlich noch eine Pressemitteilung von Activision zum Thema Call of Duty Ghosts. Da wird der Schauspieler Thomas Kretschmann, äh, die deutsche Stimme übernehmen des Hauptdarstellers. Ähm, da heißt es hier, Call of Duty Ghosts bekommt prominente Unterstützung. Thomas Kretschmann, deutscher Schauspieler und bekannt aus Kinoblockbustern wie King Kong und, wow, das ist zu weit weg. Ich hätte eine Brille aufsetzen müssen, oder das, der Monitor steht relativ weit weg zu meiner Verteidigung hier und die haben sehr klein geschrieben. Ähm, Leid, einem Charakter in der deutschen Fassung des erwarteten, des heiß erwarteten Actionspiels, ähm, bla, 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 die Rolle des US-Army-Captain Elias T. Walker, dem Kopf des Ghost-Team, bla, 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 erscheint am bla, bla, 5. November. So, alle Infos, fantastisch, wie ich das mache. So, letzte Pressemitteilung jetzt, glaube ich, die ich vorlesen werde und die kam von der Pressestelle Xbox und nicht von Crytek selber. Und zwar ging es um Rai, Son of Rome, das ist dieser Kinect-Titel für die Xbox One und da hat man jetzt festgestellt, äh, 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 bekannt gegeben, dass der Titel eine ab 18 Freigabe erhalten hat. Da heißt es auch hier, liebe Medienpartner, für euch jetzt, liebe Gaming-Freunde, wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass von der USK der Bescheid für die Alterskennzeichnung ab 18 für den exklusiven Xbox One-Action-Titel Rise, Son of Rome eintraf. Damit erscheint ja vom Frankfurter Studio Crytek entwickelte Third-Person-Titel, der die Geschichte des römischen Soldaten Marius erzählt am 22. November, auch in Deutschland, ungeschnitten und zum Launch der Xbox One. So, jetzt aber mal gut mit, äh, mit Pressemitteilung, oder? Ähm, kommen wir mal lieber zu einem relativ interessanten Thema, das ich auch bei der letzten, ähm, Daily News angesprochen habe, wo es um SteamOS ging. Das war dieses System, was Valve vorgestellt hat, ähm, die stellen diese Woche drei Neuigkeiten vor. Und das erste war ihr eigenes Betriebssystem für Gamer, da habe ich gestern ein bisschen drüber gesprochen. Und heute, Mittwoch, war auch wieder um 19 Uhr eine Ankündigung parat. Und diesmal haben sie quasi die Steambox vorgestellt. Also da wurde ja schon mehrfach drüber berichtet in den Medien. Ich habe euch auch mehrfach immer so ein bisschen über diese Gerüchte um die Steambox auf dem Laufen gehalten. Und jetzt ist der Knoten geplatzt, die Katze ist aus dem Sack. Das Ding ist gar keine Steambox, sondern eine Steam-Machine. Große Verwunderung an dieser Stelle. Na ja, ganz einfach, wahrscheinlich war die Verwandtschaft zur Xbox zu nah und ihr habt das Ding jetzt eben Steam-Machine genannt. Und, ähm, die Steam-Machine, auf der wird natürlich SteamOS laufen. Und, ähm, das Gerät wird von mehreren und unterschiedlichen Herstellern produziert. Und das soll eben den Big-Picture-Modus in eurem Wohnzimmer unterstützen. Ähm, allzu viele Infos gab es noch nicht so recht. Ähm, was aber klar ist, dass 300 Steam-Benutzer das Ding vorher zugeschickt bekommen, um das zu testen. Also, vielleicht kriegst genau du eine, ähm, wenn du dich bei Steam registriert hast. Da gibt's so ein paar Voraussetzungen, wie, ähm, man muss sich halt für dieses Beta-Programm registrieren auf Steam. Man muss mindestens 10 Steam-Freunde haben. Man muss eine offene Steam-Fangruppe einrichten und so. Waren so 5, 6 Punkte, relativ überschaubar. Und mit ein bisschen Glück ist man einer von diesen ersten 300, die so eine Steam-Machine bekommen. Solltet ihr dabei sein und so eine Steam-Machine zugeschickt bekommen, dann, äh, ruft mich an. So, dann gibt's noch eine kleine Information zu FIFA 14, was ja offiziell morgen erscheinen wird. Die meisten aber heute schon, äh, im Laufwerk liegen haben. Ich hab auch irgendwo, liegt hier meine Xbox 360-Version rum. Ich hab's ja, ähm, gestern schon auf dem PC gespielt, denn der US-Release war gestern schon. Und wer sich ein bisschen auskennt, kann das natürlich dann auch schon hier in Deutschland, äh, rechtzeitig starten auf dem PC. Und ich hab's ja gezockt. Ich fand's sehr geil. Ich hab mega Spaß gehabt. Ich bin ja eigentlich nicht so ein FIFA-Spieler, aber ich hab's, ähm, relativ gefeiert. Ich will mal gucken, ob ich gleich nicht noch ein Video davon aufnehme. Und jetzt haben die Entwickler eben gesagt, dass es einen Day-One-Patch geben wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Day-One-Patch automatisch jetzt bei der Ami-Version dann schon geladen wurde oder wie auch immer. Oder ob das erst morgen mit dem offiziellen Deutschland-Release dann über Origin und über Xbox, Playstation und so kommt. Und auf jeden Fall soll das Balance-Probleme beheben. Und zwar haben sie gesagt, dass bei, gerade so bei Flanken und Kopfbällen im Strafraum es viel zu schnell zu Torerfolgen kommt. Da muss ich sagen, nein, patch das bitte nicht raus, ja. Ja, ich bin ja, ähm, absoluter FIFA-Anfänger, Beginner, Starter. Ich will jetzt nicht sagen Noob, Anfänger, Beginner, Starter. Und, ähm, wenn dann nicht mal mehr die Flanken mit dem Kopfball, wie soll ich überhaupt Tore schießen? Na egal, Day-One-Patch, wisst ihr Bescheid. Ja, dann gibt's noch was Lustiges zur Playstation 4, denn da wurde verdammt ein Video veröffentlicht, wo man die Lautstärke der Konsole zeigen möchte, beziehungsweise was die für lustige Fiep-So- und Lüftergeräusche macht und so. Ich muss euch sagen, das Video ist eigentlich relativ überflüssig, zeigt aber so ein bisschen, oder es dreht sich ganz einfach darum, dass, ähm, das Playstation 4-Laufwerk wesentlich schneller läuft als das Playstation 3-Laufwerk. Und wenn mich nicht alles täuscht, läuft das mit der sechsfachen Geschwindigkeit. Ist das richtig? Könnt ihr mir gerne, ähm, korrigierende Nachrichten in die Videobeschreibung posten, wenn ihr wollt. Aber ich meine, es wäre die sechsfache Geschwindigkeit, das bedeutet. Das Laufwerk selber, der Playstation 4, wird lauter sein, durch die höhere Geschwindigkeit. Dafür wurde die Lüftersteuerung aber komplett verändert. Früher war es ja so, wenn die Playstation 3 eine gewisse Temperatur erreicht hat, ähm, schaltete die in eine nächste Lüfterstufung. Und es gab ja, und die zweite war schon relativ, ähm, laut oder zumindest deutlich hörbar, bei diesen ersten Playstation 3-Varianten, wo ich auch noch eine besitze, vom Releasetag. Und bei der Playstation 4 wird es jetzt eben so sein, dass es eine stufenlose Steuerung ist, also ähnlich wie sich ein PC-Lüfter verhalten kann, dass man der halt auf 35, 40, 45, also ohne 5-Prozent-Schritte, der kann halt ganz stufenlos an die jeweilige Temperatur eurer Playstation 4 angepasst werden. Und daher ist der Lüfter leiser und somit ist auch der Gesamt-Lautstärken-Eindruck der Playstation 4 leiser, als, ähm, es jetzt vielleicht eure Playstation 3 sein wird, ist, äh, wie auch immer. So, jetzt scheint es so langsam auch offiziell zu werden, dass Mikrotransaktionen, über die ich gestern schon in GTA 5 berichtet habe, ähm, wirklich, ähm, in das Spiel Einzug halten werden, dass es also dabei ist und so weiter und so fort. Es gibt, ähm, Beta-Tester von GTA Online und da hat der eine oder andere schon ein bisschen was geleakt und sogar stehen schon, äh, einige Preise fest. Und da steht hier sowas wie 100.000 Dollar Red Shark Cash Card soll 1 Pfund 99 kosten und, ähm, dann gäbe es 200.000 Dollar, 500.000 Dollar und, äh, ein Viertelmillionen, äh, äh, Dollar, das ist dann das Great White Shark Cash Card, das sind solche Karten, da gibt es sogar schon Screenshots von und so weiter und so fort und, ähm, da wird man sich halt Immobilien von kaufen können, ähm, Wagen von kaufen können, aber es wird dennoch so wohl sein, das sind alles noch so ein bisschen Gerüchte, ich habe da noch nichts Offizielles von Rockstar zugelesen, es wird wohl so sein, dass aber auch ein gewisser Level erforderlich ist von eurem Spielcharakter, um, ähm, eine gewisse Panzerung am Wagen zu kaufen, um gewisse Waffen zu kaufen und so. Also es soll definitiv nicht möglich sein mit quasi einem Level, äh, Low, Low One, also mit einem Level, äh, mit einem Charakter, der noch gar nichts gespielt hat, sofort die teuersten, besten Waffen, sofort das stärkste Auto, die dickste Panzerung und so zu kaufen, ähm, und damit einfach das Spiel zu beherrschen, sondern man muss wohl auch erst den Charakter aufleveln, bevor man überhaupt, ähm, dies oder das kaufen kann. Trotzdem, äh, für die Mikrotransaktionen, ähm, gibt es jetzt den Zeigefinger des Tages und ich sage, ich finde es halt nicht so gut, also eigentlich hätte auch einen Daumen runter gereicht von mir. So, ich würde sagen, ähm, wir sind am Ende der heutigen Daily News, die von Pressemitteilungen dominiert wurde, angekommen und, ähm, ich packe euch jetzt noch das T-Shirt aus. Also wenn wir das schon verlosen, jetzt muss ich mal eben hier auf meine Kameraansicht schalten, dass ich das auch sehe, so. Ähm, So sieht's aus. Also das gehört noch dazu, das Rayman-T-Shirt und ein Rayman-Poster heute zu gewinnen für den Kommentar Rayman for the win und, ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf morgen, hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin sag ich, haut rein! Bis dahin sag ich, haut rein! Vielen Dank.